Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Isa und ich nehme euch heute mit auf die Leipziger Buchmesse. Ich war 2019 das allerletzte Mal da. Das heißt, wir werden heute herausfinden, ob ich das mit dem Vloggen eigentlich noch kann, was es alles Neues gibt und was sich alles getan hat in all den Jahren und natürlich auch, was für spannende Leute ich heute treffe. Und ich fahre leider nur für einen Tag. Dementsprechend hoffe ich sehr, dass es genug für euch zu sehen gibt in diesem Video. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich und wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß auf meinem Tag in Leipzig. So, wir sind angekommen und jetzt, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Jahr anfängt. Ich würde sagen, erst mal in der Halle. Ich bin gerade am DEA-Stand und ja, diese paar Sekunden, wir gehen raus an Gordon. Ich habe nämlich da ein Buch gefunden. Gordon kann leider selber nicht da sein, aber ich wollte es trotzdem mal gezeigt haben. Und ja, es ist sogar noch nicht für einen Preis dieses Jahr. Also richtig cool, Gordon, ganz liebe große Ding an mich raus. Dann hatte ich Glück und habe Olivia Fiehweg an ihrem Stand angetroffen und sie war gerade dabei zu signieren. Und da habe ich mir ihr neues Buch geholt und es auch direkt signieren lassen. So, ich stehe hier vor ganz viel. Barbie Markovic hat jetzt auch den Preis der Leipziger Buchklasse gewonnen. Und das ist eine riesen Leseempfehlung. Also lest da unbedingt mal rein, schaut, ob es euch gefällt. Aber ich fand es unheimlich geil. So, ich habe endlich jemanden gefunden, den ich kenne. Hier ist Bunny und Bunny ist inzwischen nicht nur Bloggerin, sondern auch Autorin. Ähm, ja. Und ja, das gibt es hier jetzt auch als E-Roc. Und genau. Ich freue mich mega, dass wir ihn sehen. Ja, genau. Kennt ihr die hier noch? Hi, das ist Anni. Was? It's been a while. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist dein Kanal zuletzt? Alles Anni? Alles Anni. Alles Anni. Aber ich glaube, die Videos sind nicht mehr öffentlich. Aber vielleicht kennt sie ja der eine oder andere noch und fight it. Wir haben Videos zusammen gemacht. Ja. Die sind vielleicht noch online. Ich weiß es nicht. Auf meinem Kanal sind sie bestimmt auch online. Ja. Ja. Wir haben uns gerade getroffen. Ja. Und seit fünf Jahren mal wieder. 2019 haben wir uns das letzte Mal gesehen, da haben wir gerade drüber gesprochen. Da hat hier noch Schnee gelegen. Ja. In Frankfurt war es aber. Ja. 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 Sehr cool. So, ich habe noch mal Leute gefunden. Und dann ist es geknackt. Torsten ist auch da. Hallo. 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 Nach den Messepommes ging es auf eine Doppellesung vom Verbrecher Verlag. Und da schauen wir jetzt mal rein. Mich hat jemand gefragt, was bedeutet eigentlich Phytopia? Und ich habe es nie nachgeschlagen. Was bedeutet Phytopia? Okay. Phytopia Plus ist eigentlich einfach der Name von dem Verfahren, um das es in dem Buch geht. Und das ist, dass Menschen ihr Bewusstsein digitalisieren und auf Pflanzen speichern können. Gibt es hier Insekten? Noch keine bemerkt. Immer nur diese großen Wesen. Die sind okay. Für ein Schulprojekt hat Aline einmal einen Businessplan für einen fiktiven Wilhelmsburger Waschbärengrill geschrieben und sich damit einen Eintrag ins Klassenbuch eingehandelt. Herr Zettel mit dem Firmenmaskottchen, das ihre Freundin Samira entworfen hat, ein Waschbär mit Grillzange in der Pfote, hat einige Umzüge mitgemacht und hängt nach wie vor an ihrem Kühlschrank. Stellen wir den zweiten Roman vor. Das ist Ferrimond von Lorena Simmel. Es geht in dem Buch um eine in Berlin studierende Schweizerin, die in ihrem Heimatort Ferrimond zurückkehrt, um dort auf dem Feld Saisonarbeit zu leisten. Vor uns in der Dunkelheit begann sich eine weiße Masse abzuzeichnen. Eine riesige Fläche, die wie eine über den Hallenboden ausgeleerte dicke Flüssigkeit aussah. So, der Messetag, da geht sich dem Ende zu. Wir machen jetzt den Abflug und dann zeige ich euch noch kurz, was ich alles mitgebracht habe. Hier habe ich die Aufnahme zu schnell beendet. So, ich bin wieder zu Hause und wie versprochen möchte ich euch einmal im Schnelldurchlauf wenigstens zeigen, was ich alles mitgebracht habe. Und mich gibt es gerade mit Mütze, weil das Wetter auf der Rückfahrt ein Grauen voll war und ja, das ist alles irgendwie nicht mehr so schön. Aber ist ja auch egal. Dafür gibt es jetzt hier meine Monstera und die gesammelten Werke. Ich zeige es ja euch nur ganz, ganz knapp. Die Bücher, die zeige ich euch natürlich dann in den Neuzugängen nochmal genauer. Aber zumindest, denke ich, ist es ganz interessant, einfach mal zu sehen, was denn in der Gesamtheit jetzt alles mit durfte. Und zwar macht den Anfang einige Herren sagten etwas dazu von Nicole Seifert. Also Nicole Seifert schätze ich sehr in der Buchbubble. Und ja, sie hat ein Buch veröffentlicht über die Gruppe 47. Da sind Texte drin zu den verschiedenen Autorinnen dieser Gruppe. Und ich war ja beim Termin beim Verbrecher Verlag. Davon habt ihr gar nicht so viel gesehen. Also vielleicht habt ihr sogar gar nichts davon gesehen. Wie gesagt, das Vloggen ist so eine Sache. Nach so langer Abstinenz. Aber auf jeden Fall wurde mir da auch das nochmal empfohlen. Einfach weil da unter anderem auch über eine Autorin geschrieben wird, zu der dann auch irgendwann bald ein Buch erscheint. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste mir das hier holen. Nicht nur wegen der Empfehlung, sondern auch, weil es das Ganze signiert gab. Und ich sage mal, die Signierung ist jetzt nicht ganz krass. Aber dennoch hatte ich einfach das Bedürfnis, das zu haben. Und ja, wenn es schon mal so signiert vor einem steht, habe ich es mir dann auch geholt. Nicole Seifert habe ich nur einmal ganz kurz beim Vorbeigehen gesehen. Sie hat es jetzt also nicht ganz persönlich für mich signiert. Aber ja, ich habe trotzdem mal die Chance ergriffen. Dann wurde mir beim Verbrecher Verlag noch ein Buch mitgegeben. Öffentlichkeiten zwischen Fakt und Fiktion. Da geht es unter anderem um Fake News, aber auch darum, was denn nun die Wirklichkeit und die Wahrheit ist. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist dann ein Leseexemplar. Alles Weitere habe ich mir selber gekauft, was ihr in diesem Video seht. Dann Olivia Fiebeek. Ich habe sie an ihrem Stand getroffen. Also sie hatte mit ein paar anderen Menschen einen Stand aufgemacht und da habe ich mir ihr Buch geholt. Olivia Fiebeek ist ja auch Comic-Autorin, Comic-Zeichnerin und hat mir das dann auch signiert. Und eine kleine Zeichnung reingezeichnet und das fand ich sehr süß. Ja, also Olivia Fiebeek war ein großer Herzensmensch auf dieser Buchmesse. Also falls du das hier siehst, fühl dich ganz lieb gegrüßt. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann an dem Stand habe ich mir noch einen neuen Untersetzer geholt. Ich habe nämlich immer einen Schreibtisch-Untersetzer. Und da nehme ich auch immer irgendwas Cooleres. Und der Alte, der musste jetzt langsam mal weg. Und hier gab es einen mit Katzen und er ist grün. Und naja, ich muss glaube ich nicht sehr viel mehr erzählen. Dann gab es auf der Buchmesse eine Sonderauflage von Scott Pilgrim. Das wird jetzt neu veröffentlicht. Und Scott Pilgrim ist mein absoluter Lieblingscomic. Der ist allerdings nicht für mich, sondern ein familiäres Mitbringsel. Das hat ein Variant Cover mit dem ersten Evil Ex-Boyfriend. Und ja, sehr schön. Aber wie gesagt, nicht für mich. Ich werde wahrscheinlich die normale Auflage holen, weil ich Scott einfach cooler finde. Aber ja, übrigens gibt es dazu auch relativ neu eine Netflix-Serie. Oder was ist relativ neu? Die ist schon ein paar Monate alt. Aber die fand ich sehr gut. Also ich würde sie auch definitiv ergänzend zum Film sehen oder zur Handlung der Comics. Ja, auf jeden Fall auch noch mal was, was ich mitgenommen habe. Dann sind oder waren, wenn ihr das seht, die Niederlande und Flandern, das Gastland oder die beiden Gastländer offiziell der Leipziger Buchmesse. Es gibt ja immer ein Land oder eine Ländergruppe. Und das Motto ist richtig cool. Alles außer Flach. Das hier ist eine Essaysammlung mit verschiedenen Texten zu unterschiedlichsten Problemen. Es geht um Dekolonialisierung. Es geht um Klimawandel und viele, viele weitere Themen. Also es soll wohl ziemlich querbeet sein. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich habe aber nicht nur das Buch. Denn wenn man ein Buch des Gastlandes gekauft hat, dann... Ach, das liegt ein bisschen weiter weg. Hat man einen Beutel bekommen. Alles außer Flach. Und es war nicht so einfach, an diesen Beutel zu kommen. Ich habe ganz viele Leute damit gesehen. Aber es gab nirgends einen offiziell beschriebenen Weg, wie man den kriegt. Aber ich habe da mal so ein paar Leute angesprochen. Und die haben das dann erklärt. Und ja, man musste quasi erstmal ein Buch kaufen, das aus dem Niederländischen übersetzt wurde. Und konnte dann mit diesem Buch und dem Beleg zum Stand gehen und sich den Boden. Das war ein bisschen komplizierter. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch irgendwie exklusiv. Aber dieser Beutel ist richtig geil. Der ist richtig schön dick und robust. Und ja, es ist halt ein Beutel. Den gab es einfach nur da. Und auch wenn ich 5000 Beutel habe, ich musste ihn haben. Dann habt ihr ja gesehen, ich habe mich kurz mit Wanny getroffen, zufällig. Und sie hat mir Charakterkarten zu ihrem Buch mitgegeben. Die sind sehr süß, also auch richtig schön illustriert. Ja, dann habe ich hier noch so ein bisschen Flyer. Dies, das. Und ein Buch, das ich mitgenommen und auf der Fahrt angelesen habe. Ist egal, ich habe auch noch mal ein paar Postkarten mitgenommen. Ist Phytopia Plus von Sarah Zerbe. Und sie habt ihr ja auch in der Lesung gesehen. Und ja, also ich habe sie ziemlich doll in mein Herz geschlossen. Und ich habe das Buch jetzt noch nicht durch. Ich habe die ersten 70 Seiten ungefähr gelesen. Ich habe auf der Hinfahrt erstmal Aviada von Delek Günger gelesen. Das habe ich auch fertig gelesen. Und das hier angefangen, das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich muss zu dieser Lesung hin. Und ich fand die beiden, die da eben gelesen haben, auch richtig cool. Aber dann habe ich gesagt, also wenn ich schon mal hier bin und wenn da jetzt signiert wird, dann will ich ja auch eine Signierung von Sarah Zerbe drin haben. Und ihr werdet das nicht sehen, aber sie hat mit Glitzerstift signiert. Und ja, auf jeden Fall eine richtig coole Person. Es hat mich sehr gefreut, sie live zu sehen. Ja, das übliche Postkarten. Postkarten. Und dann habe ich ganz zum Schluss noch etwas von Traduki. Auf jeden Fall werden durch Traduki Werke aus osteuropäischen Ländern übersetzt und rausgebracht. Und ja, ich habe mir das hier gegriffen. Titel ist Meine Mama weiß, was in den Städten vor sich geht von Radmila Petrovic. Und es gibt dazu auch ein Vorwort von Andrea Petkovic. Und ich liebe Andrea Petkovic. Und naja, also es musste mit. Es ist ein ganz dünnes Büchlein. Ich habe gar nicht so viel dazu gelesen. Es ist aus dem Serbischen übersetzt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde, ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht so viel erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich das jetzt mitgenommen, weil auch das sind einfach so Werke, die man auf der Buchmesse sieht. Gerade von den Indie-Verlagen, die man manchmal vor Ort in den Buchhandlungen nicht so gut bekommt. Und man kann zwar alles bestellen, aber wenn man da schon mal ist und ich hatte noch Tragkraft übrig, habe ich es mitgenommen. Ja, und das war es jetzt von meinem, ich hoffe nicht zu holprigen, Buchmesse-Vlog. Ich habe das Material ja noch gar nicht gesehen. Ich bin erst seit 20 Minuten zu Hause. Aber ja, so war es auf der Buchmesse. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich hoffe allerdings, im nächsten Jahr ein bisschen mehr vorweg zu planen, damit das nicht wieder so eine Hauruck-Aktion an einem Tag hin und wieder zurück wird. Das war immer noch schöner, als gar nicht zu fahren. Aber ja, es gibt schon so ein paar Ideen, in welcher Konstellation man fahren könnte. Und da hätte ich auf jeden Fall wieder richtig Lust drauf. Denn ja, ich finde, es macht auch ganz viel, da einfach so seine Gruppe zu haben. Und da einfach auch mehr zu machen und mehr Termine zu haben. Ich bin ja hauptsächlich über die Messe gegangen. Und ja, also auf jeden Fall war es sehr schön. Ich bin jetzt sehr beseelt wieder zu Hause. Und ja, freue mich, diesen Vlog für euch zu schneiden, den ihr ja gerade gesehen habt. Und ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das würde mich sehr freuen. Und ja, dann macht es gut und tschüss.